ok das sind alle durchstöbern zehn millionen trophy easy wir machen wir das hier das ist ja viel so meinst du hier so oder was musik gedrückt halten du kannst die challenges abschließen das ist ja voll kacke ach so meinst du das ist das doof kriegen wir jetzt gleich eine challenge abgeschlossen das sind also zehn das wirklich eine challenge ich meine ich brauche nur dreieck gedrückt halten dadurch dass wir halt immer nur kiss away machen muss ich auch nicht muss ich auch nicht die ballons halten ist das doof weiter das kannst du jetzt hier den ganzen tag machen das kannst du den ganzen tag machen was ich eigentlich eine challenge davon kriege meine güte wir sind schon bei 2000 kombos nein wir sind gestürzt warum sind wir gestürzt ich höre das leben warum sind wir gestürzt mann da kommt noch so die idee hier du hast du nicht du hast dich du hast dich du hast dich du hast dich Und wir kriegen dafür Wirklich Wir kriegen dafür wirklich Challenges, das ist so doof Ach schön, ja so kann man Tony Hawk natürlich ein kleines bisschen Betrügen So kann man Tony Hawk natürlich scheinbar Ein kleines bisschen betrügen Weil du dadurch ja scheinbar tatsächlich Challenges abschließen kannst Ja 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 Hurra, 20.000 Ist das doof, Alter Packdetails, please like Ach komm, wir haben dadurch, ne So viel So viele So viele Challenges abgeschlossen Jetzt stört's unser Spiel ab Jetzt ist unser Spiel abgestürzt Wir haben dadurch 2.291 Geld bekommen Ach ne, wir hatten sonst viel Geld, ich dachte schon Das wäre eigentlich cool Ja, schön Wir haben einfach die ganzen Challenges abgeschlossen Das ist der Sofa, Alter Ah, schön Ja, ja gut, man kann ja auch einfach mal Ein bisschen betrügen, was Ach, schön Platziere 50 Objekte Platziere 25 Objekte Bewertet 10 von Anderen erstellten Parks Speichere einen neuen Park Mische einen Veröffentlichen Park neu Lade einen erstellten Skatepark in die Cloud hoch Die Cloud, Alter Aber da wird ja doch nur geklaut, oder nicht? Hahaha Ja, das ist alles nur Objekte platziert Ja, das war jetzt schon ein bisschen low Wie doof, Alter Da kriegst du erst mal die ganzen fetten Dinger, Alter Ich war erst mal voll betrogen Ich will jetzt in Crazy Joe's Waterpark K2 Hart vor Wobei, Regenbogen Auch toll aus Ich geh jetzt Regenbogen Ich fahr jetzt Regenbogen Ich habe gerade gecheatet Was ist Cheat Day? Oh, Touristen haben wir bekommen Jetzt können wir hier so langfahren Au Natürlich Hier fehlt mir ein bisschen Der Wahnsinn Hier fehlt mir tatsächlich ein bisschen Der Wahnsinn So wie irgendwas von irgendwo Ganz weit oben fallen Oder sowas Oh 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 Könnt's auch ohne Toll Hier fehlt mir so ein bisschen Der Wahnsinn Wie gesagt, ich mag Parks, die hoffnungslos Übertrieben sind Weißt du, wo du schon Einfach Siehst, dass sie nicht mehr ganz Sind hier eigentlich noch Stachelfallen Früher bei Tony Hawk gab's noch Stachelfallen Also im zweiten Teil Aber endlich mal ein anderer Hintergrund Wir sind bei Gott Oder Skater Heaven Ob das wirklich Gott ist, wissen wir ja nicht Ich meine, der hat uns als Saarschloch bezeichnet Ich weiß nicht, was ich davon halten soll Oder gesagt, dass wir scheiße sind oder so Das wäre lustig, wenn man in den Tod springen könnte Episch Schissbord Hä, wo reinig ich schon wieder Mann Soll ich mir auch immer denselben Manual machen Okay, der Park ist aber relativ A Rainbow Team Park with six Inchanged circular lines Wir mischen den aber einfach mal neu Um den Erfolg auch zu schaffen Was auch immer das jetzt heißt Ob der jetzt wirklich random alles einfach jetzt platziert Was ja die ganze Willkommen bei Mach dir einen Park Ich will mir jetzt aber gerade keinen Park machen Bin ich ganz ehrlich Gerade würde ich mir keinen Park machen Ende Ich will nicht mal mehr speichern Ich will einfach nur beenden Okay, ich dachte jetzt Ich dachte jetzt durch random mischt er das neu Aber wir dürfen ihn dann selber bauen Mach deinen Park Hier, der da ist da drin So, was wollte ich jetzt Wollte ich glaube ich in die crazy Wasserrutsche Ich glaube wir haben gerade dieses Board bekommen Mit dem Vogel, oder? Kann das sein, dass ich vorhin eine Challenge abgeschlossen habe Und dieses Board Ich meine ich hab's gesehen Oh Gott So was Das hier ist eher mein Fall Weißt du So was finde ich schon wieder cool Ist denn da wirklich irgendwie was Okay, ich muss da irgendwie hoch Da man ja überall hochfahren kann Das hier ist schon wieder Ich bin doch immer der einzige Der von allen runterfällt Ich möchte doch nur hochfahren Okay, es war einfacher Oh Gott Harkes Wall Wir alle kennen es Rutschen Yay Aua, au Ah, ich bin von der Rutsche gefallen Diese Rutsche sind gefährlich Jetzt fehlt mir Wasser Da ist Wasser Wenigstens ein bisschen Wasser Mir fehlen Gaps Fert'n Wallride, Alter Oh, das ist hier so ein Lazy River Ach, das ist schön Oh, das liebe ich in Amerika immer, ne Diese Dinger mag ich in Amerika echt Diese Lazy Rivers Ich weiß nicht, woran es liegt Ob ich faul bin Ich weiß es nicht Ich will hier nichts hören Ich hab keine Ahnung, was passiert ist Aber schön, dass sie auch an sowas gedacht haben Da ist ein kleiner Da ist noch ein Haus Ich muss zum Haus gucken Da oben stehen Menschen Da oben stehen Menschen Ich will hier hoch Hallo Jemand da? Hallo Ich hätte hier Menschen reingestellt Ich hätte hier sowieso Menschen Man kann Manikids platzieren Ah Wo, wo Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, hier ist ein Fahrrad Hallo Hallo Äh, wollen wir Wollen wir nicht freuen Ah, schöner Schöner Ausblick, ne Ist so romantisch mit meinen Mit meinen Weibern hier Ah, Entschuldigung Ha Er ist doch flach gelegt Geil Die lege ich auch noch Die kommt mit So, das ist jetzt meine Man kann Ich weiß nicht, warum man das kann Aber man kann Manikids platzieren Was ist das? Was ist denn hier? Was ist denn für eine Rutsche? Eine Rutsche könnte ich nicht mal mehr Ausmalen, was das sein sollte Ich will mal reinfahren Ich bin langsam Damit wir wissen, wie, wie, was ich hier Wie ich das hier einschätzen kann Ich weiß nicht, was ich das Wie ich das jetzt Oh, da verschwindet die Stimme Voll süß Ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll Hier als Was ist das für ein Was ist das für eine Rutsche? Hä? Ich war irgendwo Komm ich hier wieder raus? Ja Natürlich komm ich da raus Ich bin der Beste Wenn man der Beste ist Kommt man überall raus Ich wollte jetzt eigentlich noch In die Rutsche rein Aber irgendwie drückt er hier Immer rein Aus Gründen, die er nicht Selbst, wie er Einfach nicht versteht Kann er leider immer nur Von unten reinfahren Au Okay, wie komm ich jetzt In diese Rutsche? Au Au Soll ich im Leben, was? Au Komm ich nicht hier rein Nein, ich will in die Rutsche, Mann Ich will in die Rutsche Ich will in die Rutsche Wir sind allgemein noch sehr viele Rutschen, wo wir auch noch gar nicht waren Nein Diese blöde Zusatzkante hier So, wir müssen erstmal einen Eingang finden Das funktioniert aber so im echten Leben nicht Komm nicht in die Rutschen rein Die Rutschen ärgern wir mal Komm nicht in die Rutschen Da komm ich rein Ah, endlich hochfahren Ich hasse mein Leben Cool Das war ein kurzer Grind Man hat's gehört Hurra, ich bin drin Ich bin gleich wieder draußen Das ist keine Laufwege Das sieht aus, als ob ich hier eigentlich hochlaufen Sollte Oh, warte mal Der Rutsche waren wir schon Okay Die einzige Rutsche, wo ich hochkomme, weißt du Muss ich aber mal ganz kurz was testen Was testen Ah, ich wollte da rauf Mann, ho Ich will da rein Ah Wie komm ich da rein Warte mal, ich glaube über die Rutsche dann Aber da komm ich ja auch nicht rein In diesen, diesen blöden Pool Okay, ich will da irgendwie, irgendwie hoch Ärgert mich, dass wir da nicht hochkommen Ah, äh, ein Hochweg Einfach dem Weg folgen Aua Einfach dem Weg folgen Aua, 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 aua Aua Au, au, au Tu mir nicht weh, bitte Ich hab das nicht verdient Jetzt sind wir endlich oben So, ich will diese eine Rutsche, wo es in irgendein Haus reingeht Das ist die schwarze Rutsche Ich will Ich will Ich will In die da Ui Ui Ah, nein Oh, Mann, ey Er ist so kacke, ey Oh, Mann, ey Das ist wie im echten Wasserpark Purzel ich auch immer aus der Rutsche raus Deswegen darf ich auch immer nur auf die Kinder rutschen Das klingt echt ein bisschen, ne Habe man den Satz jetzt einfach nur so Aua, aua, aua An, aua, aua Hättest du es nicht abrunden können, Junge Wäre schon extra so gefahren Ach, Mann, der stürzt aber auch immer an dieser einen Ecke da Weil er, ich weiß es nicht, warum Sind wir mal ganz ehrlich Tony Hawk ist nicht fürs Rutschen ausgelegt Kann man eigentlich stürzen und dann den ganzen Weg runterrutschen? Das hätte irgendwie doch ein bisschen Stil Ich will jetzt aber trotzdem noch in diese Rutsche rein Und dann machen wir Feierabend Dann gibt es nämlich Frühstück hier gleich Das ist nämlich nur ein Aua, aua, aua Gott, ich hatte mein Leben Au, au, aua Komm schon, au Au, au Sieht so schlimm aus, wenn er immer überall gegen fährt Ich fahre jetzt einmal Ich fahre jetzt mal ganz langsam hier um diese Kurve So Dann haben wir die Kurve vielleicht überstanden Weißt du? Ich fahre ja schon extra nicht gebuckt Gebuckt, gebuckt, gebuckt Gibt es keine Dächer? Äh, was ist das hier? Warum ist denn der jetzt auf einmal so groß? Hätte ich mit dem Reifen rutschen müssen? Ui Gewinner Warte, wir müssen so richtig so Huah Hui, Platsch Hätte aufregender sein können Mir fehlt Wasser hier Mir fehlt das wirkliche Rutschen Wo führt dieser Weg hin? Oh, zum Eingang Oder Ausgang Oder wie auch immer Haben wir hier gestartet? Stimmt Ich meine, der sieht schon echt cool und beeindruckend aus, ne? Aber ist halt kein Skatepark Ha, 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 ha Huuu Aua Aua Na gut Ich würde sagen Parkdetails Close by Safety Reason Achso Ist leider Ich mag den Park Ich muss sagen Ich mag den Park Der Park hatte jetzt irgendwie Stil So, was jetzt aber noch Stil hat, ist Dass wir noch eine Challenge abgeschlossen haben Zwei sogar Uuu Uuu Ecke hinzugefügt Ecke hinzugefügt Oberflächen Ecke, 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 Ecke Also wir müssen echt Ecken machen Hier, Combo-Challenge Combo-Abschlüsse Müssen wir noch irgendwas 10.000 Statman Das heißt Schließe einen beliebigen 10.000 Tricks Challenge ab Achso, können wir glaube ich noch nicht Nur ein bisschen Griden Das könnten wir auch noch, ne Combo bauen Landet 10.000 Grab-Tricks Achso, das sind, ne Grab-Tricks, Flip-Tricks Tricks, 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 Tricks Ja, ja, ja Guckt mal, was man so alles ercheaten kann, wa So, ich würde sagen Ich mach jetzt Feierabend Ich mach jetzt Frühstück Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Wenn ich dann einfach einen eigenen Park baue Wir gucken dann einfach mal Einen eigenen Park Guck mal hier, der da unten hat auch wieder diesen Trick gemacht Da, der, der eine Million oder 100 Millionen Typi da Der hat auch wieder so einen Park Mit diesen Klick, 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 klick Kiste Regel Ja, Regeldinger Na gut Ich bin jetzt aber raus Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Bis dahin Auf Wiedersehen Und ciao Tschüss